Herzlich Willkommen zu Promis im Fokus mit eurer Erklärkatze Diablo. Heute im Fokus Emma Watson. Was die Schauspielerin über die Liebe und das Frausein in einem Interview bekannt gegeben hat nach dem Intro. Schauspielerin Emma Watson hat in einem Interview betont, dass sie in den letzten Jahren viel über Liebe und das Frausein gelernt habe. Die 31-jährige Britin, die als Kinderstar mit ihrer Rolle als Hermine Granger in der Harry-Potter-Film-Reihe weltweit bekannt wurde, sprach über ihre persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit Beziehungen und ihrem weiblichen Selbstverständnis. Watson erklärte, dass sie sich zuvor oft unter Druck gesetzt gefühlt habe, den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Vor allem in ihrer Rolle als Schauspielerin und öffentliche Person habe sie sich mit vielen unterschiedlichen Vorstellungen und Anforderungen auseinandersetzen müssen. Doch mittlerweile habe sie erkannt, dass es wichtiger sei, sich selbst treu zu bleiben und die eigenen Bedürfnisse zu respektieren. Sie sei heute zufriedener mit sich selbst und habe ein besseres Verständnis dafür, wer sie wirklich sei, in Bezug auf romantische Beziehungen betonte Watson, dass sie es bereue, in der Vergangenheit zu schnell eine Beziehung eingegangen zu sein. Sie habe gelernt, dass es besser sei, auf die richtige Person zu warten und sich Zeit zu lassen. Dabei sei es wichtig, auch in einer Beziehung unabhängig und selbstständig zu bleiben, anstatt sich ausschließlich auf den Partner zu konzentrieren. Watson sieht ihre Erfahrungen im Umgang mit Liebe und Weiblichkeit insgesamt als positive Entwicklungen in ihrem Leben. Sie hofft, dass andere Frauen durch ihre Erfahrungen ermutigt werden, ihre eigene Identität zu finden und zu leben. Die Schauspielerin engagiert sich seit Jahren als Aktivistin für Frauenrechte und Gleichberechtigung und setzt sich unter anderem für die Förderung von Bildung und den Kampf gegen Diskriminierung ein. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über dein Kommentar oder Like. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen.